ja und damit herzlich willkommen zu einem weiteren abenteuer hier in railroad ich dachte wir gehen heute mal nach österreich und schauen uns die zellertal bahn an und zwar die ganze ist ebenfalls farblanding wir haben hier das ende in am meyerhofen im zellertal mit der abstellung und auf der linken seite haben wir hier jembach anschluss von der öbb und die jembach abstellung und natürlich die ganze halte dazwischen ja ein bisschen habe ich schon reingespielt also müssen spannender farbland da sind auch random güterzüge unterwegs und manche müssen hier die abstellungen rein da das ist alkohol technology und tower kraftwerke ag mal schauen ob man das alles hinkriegen soll man das wollen wir sagen start los geht's da kommt auch schon der erste güterzug und der will nach kolbic das ist hier das heißt der kollege fährt erstmal hier rein und wird dann hier wenden und von der abstellung kommt schon der nächste der bill auf jembach gleis 1 so nicht vergessen music und die musik jetzt ist ein bisschen monoton hier so wenden und dann bist du nach koplitsch ich nehme echt gemein und schicke den güterzug vor dem personenzug raus okay der hat seine fahrstraße ok wo will der hin rotholz gleis 2 schickte ich mir da oben drüber und straße im zillertal gleis 2 schlitter samt zilla 1 hier auch 1 und bei fügen gleis 2 bis dahin gebe ich immer die fahrstraße und dann schauen wir weiter oh da kommt ja noch einer d211 der müsst ihr einfach gleich 1 kannst du haben und dann hat er sein nächsten halt in straße im zillertal auf der 2 meine katzen machen wieder blödsinn also nicht wundern straße im zillertal 2 dann fährst du da oben drüber und fährst dann da rein und schlitters auf die 1 fügen auf die 1 ok wer kommt da unten meyerhofen meyerhofen im zillertal auf gleis 3 und spichel im zillertal 1 die bach 2 dann wirst du auch hier auf die 2 gehen zu den zillertal 2 den aschau auf die 3 machen wir das mal bis hier hin ja ist ja gut ausgegangen hier mit dem regio ja scheiße hat verspätung gekriegt das gibt punkte abzug wie lange bleibst du hier stehen naja schon noch eine zeit und fährt dann hier in die kraftwerke rein der will alkotechnology reinfahren ja muss ein bisschen warten wenn wir dann hier wenden glaube ich meine der ansicht hier so wenden und ein fahrt ok der kollege ist jetzt hier der wird dann nach kapfing 1 ist es da udern sie im zillertal auf die 2 ried im zillertal kaltenbach stumm im zillertal auf die 2 und dann angerbach 1 und aschau in 2 gut äh was kommt denn da jetzt ein güterzug der will ja einmal komplett durch ja was was dann fährst du gerade schon mal raus und fährst dem hier hinterher bis hier hin erstmal du bleibst aber hier lange stehen oh da bist du zu früh dran so der holt hier auf schauen wir bei dir mal weiter aschau im zillertal auf die 3 und dann angerbach 2 das ist garantiert 3 ich fährst du erstmal bis hier hin ich kann es eigentlich gerade hinterher fahren so deine Fahrstraße oh der fährt jetzt dann auch gleich mal weg den fügen fährt der um 14 weg dann fährt der dem hinterher gut dann sind zillertal auf gleis 1 oder güterzug vorlassen dass er dann hier überholt mit dem zillertal fährt der dann als nächstes ok hier werden wir mal schauen wie wir es machen auf gleis 2 kommt so schnell gar nichts ja dann fährst du dann hinterher erstmal bis hier hin auf gleis 2 was wo kommt jetzt was ah bin da der will in genau andere richtung du fährst hier auf gleis 3 und warum kann ich jetzt nicht weiter stellen naja müssen wir halt warten achso weil das jetzt hier so gelegt ist ja dann warten wir andererseits weißt du was du bleibst hier erstmal noch stehen ich möchte dass der güterzug erstmal durchfährt ja mein gott ähm gott vorspul ok jembach auf 1 rotholz dann 2 warte mal wo ist rotholz hä rotholz ach da rotholz 2 das sind zillertal 2 und dann wird er wieder so fahren ach du was du bleibst das so lang stehen ja dann dann fährst du da erstmal rein erst da oben auf gleis 2 sehr gut dann müssen wir da ein bisschen spielen mit vorbeifahrten so da ist jetzt der güterzug erstmal schnell noch da unten rein sollte sich ausgehen der kollege bruder ins auf gleis 3 jetzt wird's kuschelig er nach dem zillertal auf die 1 zell am ziller auf die 1 jetzt fährst du hier so durch bichel und enthalt ist auf der 3 er war da mal in meyerhofen auf der 2 und dann in die abstellung mal schauen ob wir das so machen können oder ob da noch einer rauskommt und du kannst auch mal weiterfahren das ist da unten rein was ist mit dir ach da bleibt er noch 13 minuten ach so alles zurück hier also weihnachtlich brauche ich jetzt nicht danke playlist meyerhofen abstellung 3 naja kommt doch was aber du hast die abfahrt um 10 18 können wir noch ein bisschen warten du musstest auf 1 und dann auf die 3 mal einen kleinen Stau hier so fügen hättest du da in fügen rotholz 2 straß schlitters in gargering und dann im zillertal auf der 2 ja schade kollege wärst du früher losgefahren dann hätte ich dich da irgendwie durchboxen können zillertal kapfing 1 und 10 20 oh nein das geht sich nicht aus oh 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 das darf ich nicht machen der kollege will jetzt hier weg wohin fährst du unteres auf die 1 ok dann haben wir hier eine Zugbegegnung nach Fahrplan direkt wieder Zug kommt dann auf Gleis 2 ja nichts über 10 können wir ein bisschen weitermachen der möchte jetzt aber gleich mal wegfahren ich glaube diese Fahrstraße werden wir hier löschen und ihm erst mal wegfahren lassen Kraftwerk schicken wir dich gerade hinterher ja die schicken wir gerade hinterher so und jetzt kann er hier durch du hältst dann da hinten auf 3 gut stellen wir das mal bis da hinein geht im Zillertal auf die 1 und dann geht es weiter auf Kaltenbach auf die 1 langenbach hat er das nicht drin ach schau im Zillertal auf die 1 ok sind das hier was sick so auf war schmull viele Züge stehen das ist in Ordnung ich könnte mir dann eigentlich auf die 1 runterschicken ja wobei das war jetzt eine schlechte Idee jetzt wird der hier Verspätung haben komm gib Gas sonst gibt es Verspätungen cool dann können wir jetzt hier wieder die Einfahrt machen so der will dann nach Jagerding 1 gehe auf die 2 und auf die 1 1 wo geht es denn bei dir Jagerding Gleis 2 mach da mal einen kleinen Umweg hier so so du kannst dann hier hinfahren du musst auf Kapfing 1 und dann auf Gleis 2 ok wie geht es bei dir weiter Aschau wo ist Aschau da Aschau auf die 3 gut Verspülen ja nein du musst warten du fährst dann einmal einmal direkt fährst dann auf das Gleis ach der Kollege will ja jetzt auch fahren mit dem machen wir dann das gleiche wobei du fährst hier mal auf die Absteine nein da kommt jetzt noch einer ja ihr mich auch soll er erstmal hier rausfahren so Güterzug bis dahin und dann da unten rein wo will der hin ach scheiße der will auch nach da unten was Gagering 1 und dann will der halt nach oh man Gagering ist eigentlich wie auch voll der komische Name so du kommst mal hier rein oh jeder hat seine Fahrstrasse so sehr gut ah shit nee du hast keine Fahrstrasse du bist dann auf die 2 und bei Aschau geht es dann bei dir wohin aufs Gleis 2 hoffentlich ist es kein Fehler dass ich jetzt die Güterzug so hintereinander wegschick dann mache ich mir jetzt hier alles dicht so Kollege wo geht es bei dir hin bei dir geht es da hinten auf Gleis 2 weiter ah du musst die einmal wenden du kannst schon mal hier hinfahren fürs erste ja war ja klar so du fährst hier rein wo bist du Jembach Gleis 1 ja so ein Scheiß ach da haben sie es jetzt quasi simuliert dass der auf die andere Seite geht mit dem Halt so du fährst dann da hin du fährst hier hin so Zellerm Zeller Leimach Regionalmuseum auf die 1 und dann schauen wir bis der unten weiter geht 2 Minuten fährt er weg der will dann auf Rotal 2 ja warten wir bis der dann hier reingefahren ist ja die 2 und in Fügen bist du auf der 2 ok das tut dann in der Abstellung ja so du bist dann unter dem Zellertal gut an sie im Zellertal auf der 3 ok ok ich sag dass ich dich hinschick naja schick dich da rein so du kannst eigentlich da auf das obere Gleis hier fahren ach das steht hier noch die halbe Ewigkeit so war bei dir jetzt auch richtig ne fährt er da in die Abstellung die 2 1 1 ich meinte in der Beschreibung gelesen zu haben dass auch Dampfsonderzüge unterwegs sind ich frage mich ob das vielleicht der Dampfsonderzug ist da wegen D und weil der hier so länger steht so wenn du wenn du ankommst Abstellung will auch wieder einer raus und dann auf Gleis 3 so weg mit dir ok wenn du dann da bist gehen wir nach Fügen auf 3 und da wir mal eine Begegnung haben so wie es aussieht hier ist die Abfahrt um 48 du bleibst erstmal im Moment stehen ok du fährst aber bald ab und fährst dann auf Meierhofen Abstellung 1 die schicken wir mal hinterher sehr gut mal schneller da vorne so du kannst auf Gleis 2 reinfahren und dann auch bei dir bitte wenden so und der Kollege kann auch fahren sagen wir mal auf Gleis 2 2 Minuten düst er weg bis hierhin erstmal und tschüss cool dann haben wir nur noch einen Güterzug ja muss warten Lamm nach regionalmuseum 1 ja das passt schon nichts zu beachten also da ist jetzt die Begegnung das war wieder so komisch über sich so der fährt Gagarin 1 Schlitters auf 2 nehme ich mal an 1 1 und Jembach auf die 2 cool so in Udans bist du auf der 2 in Kaltenbach bist du auf der 2 und dann schickt man dich nach Aschau auf S2 ok er will dann Meierhofen Abstellung also Gleis 2 und Abstellung 3 ok wenn er das will dann kriegt er das auch so passt vor Ort die schickt man auch schon mal durch müsste ich gerade so ausgehen tut es auch sehr geil wo fährst du dann hin Meierhofen jetzt wieder darauf die 1 und Abstellung 1 ok Aschau bist du auf der 3 nochmal bis hier hin ja ja ist gut gibt erstmal nichts zu beachten da kommt wieder einer vom Binder da hinten der will zur ÖBB 11 auf 5 also gleich mal da kann es gerade hinterher fahren fährst dann auf das Gleis hier ja alle haben wir die Vorstraße weiter geht's ah ja aber ja klar Jembach 1 ne das wollte ich nicht aber der Gleis wird dann hier vermutlich warten müssen Dampfzugpferde ein ach so der haben wir es ja nach Rot so viel Spaß da hinten Rotholz 2 einmal da so kann er genau wieder gleich fahren wie die anderen und Abstellung kriegst du auch von mir sag mal ach so ne ich hab auf die falsche Zeit geschaut L5 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 25 fährt der erst ich bin so ein Chaos Löwe manchmal da kommt auch einer auf Gleis 3 so und er wird garantiert das erstes hier vorn fährt er hier oben rein dreht den Zellertal und dann auf die Gleise 3 abfing fügen auf die 3 du Kollege wirst den fügen auf die 2 gut pass forward das ist eigentlich ganz schön wenn man alles noch plan läuft so bei dem machen wir die Fahrstraße weiter du wirst auf die 2 und Abstellung 3 bei dem machen wir auch weiter Erlach Aschau auf die 3 und den Udans im Zellertal auf 3 gut du kriegst von mir auch deine Ausfahrt Udans im Zellertal auf die 2 Jembach kommst du auf die 2 ok also können wir anders machen fährst hier unten und dann auf die 2 ach jetzt will er sogar auch mal fahren na dann du fährst dann hier auf Deskleister jetzt ist natürlich der Kollege hier schon da und hier auf die 2 können wir das hier wieder vor abonnieren für den anderen ja bei geht nicht lassen wir das mal jetzt hier auch äh Moment wo geht es in Aschau hin Aschau zählt aber auf die 2 jem 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 gleis 1 schnappe sache Okay. Bleibst du wieder überall stehen? Jembach, Rotholz 2, ja, ja. Fügen dann A auf die 2. Okay. Gut, haben wir das bis Fügen gestellt. Du wolltest ja hier auf die 3. Und wo geht es bei dir in Fügen weiter? Fügen auf die 3. Okay. Ach, der bleibt dir erst mal stehen. Okay. Plante Ankunft 11.59. Ah, ist ein bisschen früh dran. Ja, gut, der FTL halt. Cool, aber chaotisch. So, der kann dann auch da reinfahren. Cool. Bist man zu mir und jetzt gerade... Nee, für dich können wir es schon mal weitermachen. Erstmal bis da, weil da wird vermutlich hier wieder einer kommen. Ja, und die Nächsten. Hat man schon vertraut, dass da jemand kommt. Auf Gleis 3. Habe ich gesagt, wenden ja doch. Wenden. Und einmal da rein. Er hat eine schöne Stimme. Ich glaube, sobald du da einmal den Padden draußen hast, wie der Fahrplan ist, ist es echt easy going. So, und da war die Zugbegegnung. Du bist auf 2 und Abstellung 3. Oder ist Jembach gleich 2 bei dir, ne? Ja. Und in Udans bei dir auf die 2. Kaltenbach 2. Und Aschau ist bei dir 2. Machen wir das bis hier hin. Aber weiter, bis eher in Aschau. Bis auf die 3. Irgendjemand vergessen? Ne, wir glauben nicht. Ne, nicht dein Ernst. Güterzug. Ja, fahr mal da oben rein. Und wo bist du hin? Ab Kolpitsch. Wo ist das? Hä? Achso, der ist Trauerkraft. Achso, ja, der ist da unten hin. Aber wo ist das mit dem ab? Ach, da oben muss der nochmal wieder rein. Okay. Ich bin da. Gagering 1. Und dann will er zu den Towerkraftwerken. Okay, 2 Güterzüge. Spaßig. Oh, das ist auch noch so ein langer. Noch mehr. Das ist wieder der Rampf-Sonderzug hier. Mayhofen in Zillertal auf die 1. Und dann wieder nach Ramsau. Hippach 2. Okay. Abfahrt hast du und 12. 5, 2. Hast du bis hier im Bauch? Ja, der fährt bis hier im Bauch. So, wenden bei dir. Und bei dir bitte auch wenden. Okay. Okay. Du fährst mal hier rein. Ja, ich weiß, dass du vor Rot bist. Wird sich so schnell jetzt nicht ändern. Der bleibt jetzt erstmal stehen. Die können wir dann aber gerade weiterschicken, denke ich mal. Ohne größere Probleme. Bis hier hin erstmal. So, der braucht auch eine neue Fahrstraße. Oh ne, das könnte mit dem eng werden. Also fährst du erstmal bis Kaltenbach. Noch mehr. Oh, noch mehr güte Züge. Ah, der will zur ÖBB hin. Noch einer? Ne. Ist das mit dir? Was, dann fährst du erstmal hier rein. Okay. Okay. Ja, klar. Natürlich ein Rege von da hinten. Jembach. Gleis 1. Hä? Will er doch nicht fahren. Okay. So, Kollege. Du gibst jetzt mal Gas. Wenn du da reinfahren willst. Der macht wieder die Tour unten. Okay. Und den fügen auf die 2. Okay. Aber ich habe das jetzt genauso die Fahrplanwiederholung vom Anfang. Oh, der will da reinfahren. Bitteschön, kannst du haben. Ja, die Beidefahrt kriegst du nicht. Der fährt zuerst. Auf die 3. So, die haben Auffahrstraße. Oh, der aber nicht. Vier Minuten. Hm. Wird jetzt spannend mit dem Zug hier. Und er kann hier erstmal stehen. Was hast du Abfahrt? 25. Warte mal, wir löschen. Ich schau immer auf die falsche Uhrzeit. Ich schau immer auf die Zahl links. So, fügen auf die 3. Kriegst du auch. Für die Begegnung. Zell am Zeller 2. Aschau auf 1. Was? Aschau, der zählt ja toll auf die 1. Ach so, ja, weil das der Dampf-Sonderzug ist. Und der wird dann in Aschau vermutlich drehen, oder? Nein, nein, der fährt bis hier im Bach. Der fährt maximal 40. Ja, das ist definitiv der Dampf-Sonderzug. Was waren die anderen hier? 120. 120. 120 geht dazu. Über 50. Okay, Kollege, du kannst auch wieder düsen. Oh, noch mehr. Der würde dieses Alco-Technology reinfahren. Der will auch weg. So, vorprogrammiert ist es. Ja, aber es war ein Kollege. Der ist auch bald weg da oben. Na, der bleibt noch 3 Minuten. Okay, der kann dann zuerst fahren. So, bei dir wird schon mal Wänden aktiviert. Und du wirst dann... ...Place 2, Abstellung 3. Ah, kann ich wieder eine Dein stellen. So, der Kollege fährt zuerst. Auf die 2, Reet. Und danach auf... Und alle die 2 hier. Und Aschau bist du... Ah, auf die 2. Okay. So, der fährt da drauf. Du fährst... ...erst mal nirgends wo hin. Ah, shit. Das habe ich ganz vergessen. Fahr mal da rein, bitte. So, und bei dir war es 2, 3. Wieder ein Güterzug, der zur ÖBB will. Was sind es jetzt? Warte mal. Jetzt nochmal 1, 2... 3 Güterzüge. Na, 4. Ja. Okay, du wirst hier... ...zudem Zildertal. Erlach im Zildertal. Aschau auf die 3. Das war nicht so gut. Wärst du gerade direkt ab hier? Durchfahrt. Fahr mal da hinterher, bitte. Ah, der kann ja die Fahrstraße nicht machen. So, da da hinterher fahren, bitte. So, und der Güterzug... ...bist auch mal hier hinterher. Also, der kann jetzt auch mal fahren. Eigentlich kann ich dich gerade direkt da reinschicken, sofern nichts kommt. 12 Züge. Ja, natürlich. Da kommt der Nächste. Naja, jetzt wird es sich aber wiederholen. Sonst einer? Ne. So, du fährst dann so rein. Dankeschön. Und... ...dich schick mal... ...nach da. Dein Fahrweg... ...ist blöd jetzt einzustellen. Dampfsunterzug. So muss leider kurz warten. Da kommt jetzt nämlich eine Abfahrt. Tut mir leid. Okay. Kaltenbach, Ritenzirien und Udans auf die... ...Gleis 3 hier. Kapfen und dann fügen auf die 3. Mach mal bis hier hin. Dann gibt es hier wieder die Zugbegegnung. Und Depo. Mach ich für dich auch schon mal. So. Der will doch bestimmt... ...warte mal fügen... ...auf die 2. Okay. Leute, ich muss mal ganz kurz eine Pause machen. Für euch ist es nur ein Schnitt... ...und dann sind wir gleich wieder da. Bis gleich. Okay. Ich bin wieder da. Musik kommt auch wieder. Weiter geht's. Stimmt. Jetzt haben wir ja die Übung hier noch. Du wirst dann wenden, wenn du da ankommst. Dankeschön. Dankeschön. Und die schicken wir mal geradeaus weiter. Bis hier hin. Mal, du musst wohin? 2 und 3. So. Dampf Sonderzug. Darfst jetzt auch mal fahren. Für ein kleines Stück. Ach was. Da kommt jetzt noch einer. Abstellung 3. War ja klar. So, geht jetzt so. Dann fährst du jetzt mal da schnell da rein. Du kannst auch da hinterher fahren. Und du weg mit dir. Da muss ich dich nicht mehr kümmern. Kannst der ÖBB auf die Nerven gehen. Hä, 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 hä. So. Okay, der Zug ist da. Machen wir für... Na. Kannst auch bei dir nicht einstellen. Du fährst dann auf... 1? Okay. Oh, das ist ein Zehneton 1. Ja, weil... Der hier vermutlich kommt... Und erstmal vorbei muss. Oh. Ich habe hier... Komplett vergessen. Ja, das war jetzt schlecht. Du fährst erstmal so. Dann kannst du hier einfahren. Okay. Du kannst eigentlich... Da nach oben hinfahren. Und der fährt dann Jembach auf die 2. Cool. Der hat seine Fahrstraße. Ruderns auf Gleis 2. Warten wir hier auf die Begegnung. Für dir war es 2 und 3. Okay. 2 und 3. So, als nächstes der Güterzug. Du fährst dann hier unten rein. Wenn der hier weg ist. Nee, andere Song. Er lag auf 1. Und dann Aschau. Hallo? Aschau? Warum kann ich nicht weiter? Auf die 3. Gut. Du bist in Kaltenbach auf die 2. Und in Aschau möchtest du auf die 2. für dich können wir die Fahrt auch vorbereiten. Du hast hier einfach wieder Strike durch und fährst hier rein. Ja, dann können wir erstmal wieder vorspulen. Ja, jetzt haben wir hier unten Stau. Oh. Entschuldigung. Das habe ich ganz übersehen. Wo bist du hin? Auf 1. Wer hat jetzt ein Problem? Ach, da oben kommt jetzt auch noch was. Der will auch zur ÖBB. Um 25 fährt der weg. Möchtest du bitte verschwinden? 25 Minuten. Alter. Also wenn jetzt da von Mayerhofen was kommt, dann muss ich den erstmal hier oben reinparken. oder da oben. Nicht einfach zu gut mit den Gütezügen. Ah, da ist er ja. So. Oh, wie lange bleibst jetzt du hier stehen? 3 Minuten. Möchtest du dann da drüben auch auf Gleis 1? Besteht? Ne, du fährst dann auf der 2. Äh, du kriegst deine Einfahrt. Du kannst ins Depot fahren. Du darfst auch weiterfahren. Jetzt kriegen wir Stau von hinten. Du, 13 Minuten. Okay. Ah, wenn denn. Und tschüss. Viel Spaß da drüben. 16 Minuten noch. Oh. Sorry. Ich glaube, du musst auf die 3, oder? Ja. Krapfegen und fügen ebenfalls auf die 3. In Jembach fährst du auch auf die 2. Machen wir das mal so. Ja, der ist jetzt unglücklich wegen der Verspätung gewesen. Äh, der erwartet. Aber da können wir auch schon mal weiterstellen. Weil er wird da zum Schluss auf die 2 fahren. Ja, tut er. Ja, ähm, ich muss erst mal hier herleiten. Sorry. Geht nicht anders. Von hinten kommt was. Und für dich machen wir auch die Fahrstraße. Du fährst dann hier rein. Wie vorher. Bei dir. Einmal wenden. So, jetzt kannst du hier wieder hinfahren. Tut mir echt leid. Aber dein Kollege wollte ja nicht weg. Oh, Moment mal. Oh, man hat jetzt den Güterzug hier überholt. Ah, no. Du musst dir nach da oben. Du fährst von da unten nach da rein, bitte. Wenden und weg mit dir. Ja, der hat ja einfach den Step. Und das war dann alles. So, der ist weg. Der ist jetzt auch weg. Und dann schauen wir uns mal den Score an. Wertung 99%. Und der Abzüge ist 17. Ja. Ich würde sagen, nicht schlecht. Hat Spaß gemacht. Also vor allem gerade das mit den Güterzügen. Ähm, macht ganz gut mit der Abwechslung hier rein. Cool, cool. Wollte ich wieder mal spielen. Beziehungsweise vielleicht mal so S-Bahn-Ruhe. Habe ich gesehen. Gibt es als Karte. Das, glaube ich, könnte noch spannend werden. Aber das ist eine riesengroße Karte. Ich hoffe, das hat euch aufgefallen. Wenn ja, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da. Und dann bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute. Das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Der Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis dann. Euer Brabura. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.